Explosion in Wohnhaus 4 Schwerverletzte in Poggendorf Die Explosion ereignete sich am frühen Morgen, als die Bewohner noch schliefen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte die Flammen löschen, doch vier Personen erlitten schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Unter den Verletzten befinden sich zwei Kinder, deren Zustand als kritisch beschrieben wird. Die genaue Ursache der Explosion ist noch unklar, doch die Ermittler vermuten, dass eine Gasflasche in der Küche explodiert sein könnte. Das Haus wurde schwer beschädigt und ist vorerst nicht bewohnbar. Die betroffenen Familien werden vorübergehend anderweitig untergebracht. Die Bewohner von Poggendorf sind geschockt über das Unglück und bieten den Betroffenen ihre Unterstützung an. Die örtliche Gemeinde hat bereits eine Spendenaktion gestartet, um den Familien in dieser schweren Zeit zu helfen. Die Ermittlungen zur genauen Ursache der Explosion dauern an. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt, doch die genauen Umstände müssen noch geklärt werden. Die Ermittlungen zur